Brauchst du nur noch so 2-3 Leute für die 1000, dann geht das. Ja, du Falter, ist schon krank. Du brauchst nur einen Uwe. Ja, ich hab heute irgendwas gelesen. Den Uwe hätte ich so quer genommen und da reingeworfen, weißt du? Ah, was? Militia, Alter, willst du mich verarschen? Du hast den Mongo-Map-Fuß gemacht. Fucking Militia, oder was? Ich kenn die Map, ich kenn die Map, ich kenn die Map. Das ist die räudigste Map, die es in Matchmaking gibt. Safecall. Alter. Aber, aber. Okay. Uwe, Uwe jetzt voll mad. Auf Wiedersehen, um dir. Oh, dick. Machst du nichts nix vor, dann wird sonst nix. Also, schön verteilen, ja man. Am besten, wie gesagt, einer hinten bei der Hostage und der Rest irgendwie aus Dach oder so. Und einer, Uwe, wie in den Tunnel. Ich bin schon unten da, beim Haus da. Alter, ich weiß nicht mal, wo ich hier überhaupt bin. Ich bin hier gerade noch am Startpunkt, Alter. Unter der Etage, bei der Geist bin ich da. Komm, vorne. Frontal aufs Haus. Okay. Einer kommt näher. Einer kommt näher. Einer vorm Haus. Zwei vorm Haus. Da ist noch einer. Direkt unten. Direkt unten links, Dennis. Ja, genau da. Zwei sind da. Da, an dem Baum, an dem Baum, rechts. Hier runter springst du? Ja, hier rechts. Direkt der Baum, da. Da war einer. Bei dir kommt noch eine, Uwe. Nice. Ah, Uwe. Nice, Uwe. Äh, I'm German King on, 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 on Hill. Hill? Nice, Uwe. Was ist das? Das sind aber echt nicht gut. Rooftop oder so. Was ist das Rooftop? Rooftop. Alles klar, Jungs. Beißen und rushen, Alter. Nein, nicht rushen. Klar, das Terror-Map und go. Nein, nein, das ist die. Du hast den Schmöp. Terror-Map und go. Alter, wo bin ich zum Teufel? Ja, dann frei nicht. Ja, warte, hier kann man durch. Boah, ich stehe hier draußen an irgendwelchen Fenstern. Das ist bestimmt nicht taktisch klug. Oh mein Gott. Was machen die so ein Abflusskanal-Rush oder so? Die kommen unten in den Tunnel. Nice. Warum sagt er nicht, wo? Hier war einer bei einem Psyo. So, gerade ging es am Hauseingaben durch die Tür. Passt aber auf, die können da mies irgendwo in den letzten Löchern rumhängen und euch abknallen. Wenn ihr euch vorne zeigt. Ich schaue dann auf die Tür, das meine ich damit. Achso, ja. Da hätte ich es nicht gut sein. Ich kann jetzt durch den Kanal gehen, glaube ich. Oder durch... Kanal habe ich. Nur noch einer. Also wahrscheinlich ein Ding ins... ...Dickenhaus. Nice. Nice. Yes, man. Was für eine Scheiße, mein Vater. Nein, das ist übertrieben. Das macht schon Fun. Etwas. Ja, solange man gewinnt. Ja. Das ist immer so. Aber es ist extrem gut, ohne Witz, dass wir T-Side angefangen haben. Also CT-Side ist richtig reutig. Ich habe reutigen Spot gefunden. CT-Side kannst du nur rushen. Versuch mal einfach, zu rushen. Ich habe einen reutigen Spot für die T-Side gefunden. Echt heftig. Wenn er nicht, wenn ich da getötet werde, ich werde heulen. Frag da einer, okay. Vorne, unten. Oh, er kommt um die Ecke. Gib mir direkt einen Header, oder was? He's coming, he's coming. Slowly. Und geht da? Einer. Ja, genau da unten drin. Genau da unten drin. Warte, ne? Dennis, wenn der Horst reingehen wird durch die Tür, lass ihn durchkommen. Ich habe ihn dann. Die könnten AK gepickt haben. Ja, die gehen aufs Dach, die gehen aufs Dach. Von wo? AT-73, nebendran. Bei mir, bei mir ist einer. Hinter mir, also in diesem, entweder unten oder in dem Arschl-Rack. Ich bleib hier. Ich glaube, er war oben. Boah, jetzt haben die mich gefickt, Alter. Die sind beide an einem Untergang. An einem Su-Rack. Ich glaube, es passiert eh. Nice. Ist der D gefickt. Ja, die können auch andere Horst-Age-Zonen. Mhm. Haben die. Warte. Das sind nur drei Leute, er hat 47 HP und ne B-Zone. Ja und? Die haben AKs gepickt und alles. Die können auch unten lang zurückgehen. Oh, ich hab's aufschlitten. Ach, der war da. Okay. Wenigstens wüsste, wo die lang kommen, Alter. Ich weiß nicht. Ja, die können aus 20 Richtungen irgendwie kommen. 50. Oh mein. Mindestens. Oh, ich komm mit dir. Oh, nice. Flipbank. Oh, das ist einer draußen im Schuppen. Ja. Nice. 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 Warte. Nice. Perfekt. Dennis, hast du noch unten? Ah, der oben. 3 HP, 3 HP. Wo ist der? Bei mir, oben. Arschloch. Scheiß Haus. Hier drin, oder? Der hat mit 3 HP. Das ist Gerrit. Dennis, pass auf, er kann von rechts kommen. Ich weiß nicht. Der ist super hoch, wo ich war. Alter. Letzter ist für Gerrit. Also einer ist noch für Gerrit. Ach so, zwei noch. 1 T-Side für in front of Gerrit. S-T-Side, sorry. 1 3 HP. King, Silas. Silas. Over here, over here. Was macht er? Ja, der geht halt jetzt CT-Campen. Da hast du durch den Fluss gegangen und dann ist er unter dir, oder? Ja, irgendwo wo. Direkt im Haus unter dir liegt. Schööööö. Nice. Der Shepard. Milizier, Alter. Was für eine Scheiß. Wo wo ich hin? Ich weiß auch nicht mehr gewesen Dach mit der Arme Okay, Dach ist bestimmt oben Hier unten ist was oben Ja, ich geh hinten hin Nice Alter, der hat mich Der Half-Age-Spiel kommt hinten bei der Hostage raus Er hat AK gepickt Ich sehe keine Mitte Genau da kommt er raus Genau da kommt er raus Mitte, Alter Zwei noch Nice Oh ja, der ist Hinter dir oben Wenn du zurück gehst, oben Ne, du bist im anderen Tunnel Ja, da hinten war der Ja Der kommt jetzt dann wahrscheinlich zu der Hostage Kenn ich schon eine? Stimmt, La Eine fehlt Die ist unter mir Ich wollte Die im Haus bestimmt Ja, hat die im Haus Oh, scheiße Alter 29 in 1 Alter Org-Profi Sorry Okay Oh, Aiko 19 Runden sollten wir haben Sollten 15 Runden haben Kommt mal alle Laufen alle Orange hinterher Ja E Wem hinterher? Orange Okay, Mr. Orange Ja Wir counterwaschen die jetzt Und warten an deren Spawn, oder was? Ja Ab in die Goodie Nice Was? Dagian Oh lol Da oben ist ja einer Hilfe! Körpergefahr Der kommt runter Oder nicht Ich flanke die, ich flanke die Ich flanke die Hab nur am Leben Schön Ab ein Ich schildere den Spawn Hi Ah Ah Die Zestrala Das Ding ist mit dem Bach Ach, schade Was ist diese Knarre, Hero, Alter? Eine gute Eko Okay, mal Eko Okay, mal Eko Wir müssen fast noch eine Eko machen Auch eine Eko? Ich gehe hier ganz allein Ich kann keine Mannis beobachten Das war von der Outsider, Alter So, wir Ja, okay Also machen wir jetzt Eko, oder nicht? Ja, ja, Eko, Eko Ich folge dir, Uwe Ich folge dir, Uwe Ja, ich hab... Kein Plan Oh, hier ist Bier Ich will das Bier Es geht mit Fantasie Aber die Fantasie ist... Wo ist grad hier dunkler geworden? Ha? Uwe, komm mal, komm mal, Uwe, komm mal Ich komm da Wenn sie los sind Außen, rechter Schuppen! Rechter Schuppen ist einer, außen! Very, very low Einer Schickenhaus, einer Schickenhaus bestimmt Unsere unten bei Uwe, oder im Schickenhaus? Ich bin gelagd, ich bin gelagd Alter! Nice Einer ist, wenn durch Einer bei der Tür Bei mir diesen Holzdingens, Holzstapel Einer packt draußen die Geisel Ach, komm 40 Hit, 42 Hit Einer kommt jetzt oben aufs Dach Oben aufs Dach Einer Einer Schade Schade, Mann Ich hab den nicht gesehen, was Der läuft halt alles, kein vorbei Das siehst du auch nicht Aber ich war halt aimstark wie eh und je Ich habe keine Ahnung, was ich auf dieser Map mache, Alter. Ich mache einfach gar nichts. Okay. Ah! Ich habe voll geflasht. Das lassen wir sehen. Alter, bei unserer Haustür, der ist drin. Bei unserer Haustür. Einer dürfte noch drin sein, oder? Könnte sein, ja. Einer noch mit der Ava. Ich glaube, die Ava hat Glück gemacht. Die haben die Gase genommen, jetzt lüchten die. Wo? Da. Oh, geht's. Die ist ein echt mies. Zwei der Akkling? Ne, klar. Ich bin nicht meines. Spooky, spooky Skeleten. Das gibt es nicht einen Hit. Einer, äh, rechte Garage kommt jetzt vor. Und einer geht hinten links ins Hühnerhaus. Einer geht's. Und nehm den Ding, Schau ran. rechts in der garage ist eine mit aber also rechts von dir hier ist auch eine perfekt ist aber immer über die ins haus rein ins fenster ja du kannst du dann trotzdem noch auf den schacht gucken die ausgehen unser med ist uns bohren wo war der keine ahnung was auf diesen postkasten drauf springen und liefkasten meinten wird ich lebe nur noch ein oder zwei 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 ein habe eine bei jetzt aber auch nicht klug von dem anderen typen gemacht er wusste doch dass der hier sitzt der typ ist professioneller wo er kommt und sich bei ein weil direkt da wo die mauer endet ist die spornzone könnte nur hier rein jetzt oder wenn du auch vor Da ist einer am Silo Könnte jetzt schon vor der Haustür sein Was blockt der mich alter ist der dumm ich war schon auf 4hp Fucking retard You are a retard You fucking block me RETARD 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 Wo kommen die? Unten Ah da war schon einer Da von dem vorderen Syrer geht jetzt aufs Dach in das Fenster rein Waren die die Geisel hinten oder unten? Hinten Ach mein Quade Ich hasse diese Map außen, hinten im Garten Richtung Tunnel Also einer aus dem Haus drin RETARD Die sind eh schon unten rum Echt? Eie Eie Die sind richtig reingelaufen Ja du hier ist Die haben halt Millionen Möglichkeiten irgendwie da rum zu campen oder so Was wir wieder im Rush machen Wohin? Keine Ahnung Was war's wenn wir wieder Dennis folgen Achtung Flashbang Achtung Flashbang Achtung Flashbang Achtung Flashbang Oben kann einer sein gell Wo sind wir? In Dickens spawnen Da ist einer Achtung Flashbang Was war's denn da? Ich gehe durch die Inglese hoch Tilt 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 Hau ihn! Spawn ist noch einer Ich hab zwei Wann ist jetzt spawnlich? Dann ist der letzte Hat Arbe gepickt Vorständen, oder? Hat was zu Angst gehabt Nice Schön gemacht In einer Arbe? Easy, nicht mal Gegner gesehen In einer Arbe? Keine Ahnung, ich wüsste nicht wohin damit Eigentlich aufs Dach Ja, geh aufs Dach Regel einfach damit Alles andere Wie geht das? Ich weiß es nicht, andere Menschen töten Einfach schießen, du musst immer schießen Schießen, aber Gewalt ist nicht die Lösung Ich bin nämlich nicht aufs Dach, sondern bei diesen Fenstern da Da ist eine rechts in diesem Keine Ahnung was Scheine-Teil-Garage Oh, da warst du jetzt mal wo ich bin Du hast ein Hühnchen grad vom Dach geflogen Ender down Nice War das der rechts oder was? Nein, das war der am Segel Ja, der rechts steht Hier ist schon von einer Durch das Arschlocheck Fenster Ein Hit Scout Hit Der in dem Arschloch Grün, bei dir ist auch einer Der ist von rechts Ja, und dann leckt es wieder und kriegt ein Header Der ist Richtung Traktor weggelaufen Ja, hab's gesehen Der eine Typ hinten in meinem Stall Alter Der hat einen Scout-Tipp Hey Ja, der ist auch noch bei mir War die Smoke unten in diesem Ding von uns? Na, ich glaub, die haben gerade gesmoked Ja, dann sind die unten Beine down Beine Schüssel Ich glaub, da war noch einer Ich bin nicht sicher, er kann auch backgegangen sein Wo ist er? Wir sind unten Unten? Okay, der letzte, letzte, letzte Und das letzte Und das letzte Und das letzte Und das ist mein THP Ist der hier schon durch bei mir? Ja, ja, da bin ich auch unter Der war schon weiter Gib mal einer hinter zur Geisen Ja, Roman Der ist schon bei der Geisen Ah, schade Das war nicht für die Dass die in die Awe gegeben haben Boah, ich hätte gerade noch was gehabt, Mann Habt ihr verloren? Ne, ne, wir haben gewonnen Zeit Ich will nochmal Awe, weil's funktioniert hat Ja Alte Milizia Da bin ich Ja, wirst du, wirst du wieder, dass Milizia kommt Bei dem Netpool Ja, aber wir haben echt eigentlich noch relativ Glück, dass wir, dass wir T-Seite zuerst haben Äußerer Schuppen ist einer Ach ja, und an den Steinen hinterm Silo ist einer Warum könnt ihr eigentlich jede Runde kaufen? Einer ist an das Chicken ausgegangen Was ist Chicken? In der Ding ist dieses Haus da Wo die immer das Fenster gucken und so weiter Um die Fenster Wenn wir in die Seite sind, dann kann ich es dir zeigen Was ist die mit meiner Ich glaube, ich weiß, was du meinst Ne, 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 ne Die kommen hier, oder? Die sind sühe Ein oder zwei Dach down Ups Mach verkackt Ihm gesehen? M-m Der ist ja unten Ich hab nicht mal gesehen Was zur Hölle war das gerade? Puh Wenn jemand was getroppt braucht, muss ich es sagen Hier wird mir Verlichte Informationen abgeschnitten Und drückt auf Tab Boah Wow Wow CT-Seite wird richtig ratig Rade Ist jetzt noch jede Runde gewinnen Jawoll Also wahrscheinlich Ich bin mir nicht sicher Das ist ein Chicken House Oder das Scheiß Alter, du springst da runter Er gibt die Insel einen Header Einer ist unten Der ist immer noch Einer ist da Aber ich weiß, ob der Platz wieder hingegen ist Besser schauen Okay, muss ich ihn warten Oh, einer noch CT Oh Oh Oh, die bitte Die bitte mich erschrecken Im Haus Ich glaube im Haus Hintere Geisel kann kommen Der ist immer auf dem Haus Ich bin nicht auf dem Haus Ich bin nicht auf dem Haus Ich bin nicht auf dem Haus Nice Schön, schön gepalzt, wie das denn mal funktioniert, muss der dann da vorbei, oder was, hat er keine Da oder unter mir, es gibt nur die zwei Möglichkeiten, kann der nicht auch eigentlich links rumlaufen, dann unter das Schweinehaus, nein, ja das ist es, das war das Ding, wo ich geguckt habe, unter mir, echt, siehste, soll immer noch was Neues Ei, verdammt Hier, Steps Ja, das sind zur Zeit durchgegangen Nach unten Ja, nach unten, glaube ich Immer nicht sicher Er nimmt noch CT Ja, hab ihn Nein Nice, Mann Letzten sagten Dinge sind da drin, da drin sind, genau wie ich es sagte Einer ist im Schweinehaus Beide im Schweinehaus, beide im Schweinehaus, beide im Schweinehaus Noch einer, ja da ist er doch, da ist er, schieß Ich hab ihn nicht gesehen Das ist das Schweinehaus, oder was? Ja, das ist das Schickenhaus Weil der Eingang richtig klein ist und es aussieht wie in so ein Hütchenhaus Äh, aussieht innen Oh, das ist Molotov Oh, das ist Molotov Alter, wie ich nicht zu gebrauchen bin hier Alter, die kränkste Map ever Hey, ohne Scheiße, ich komm hier nicht zurecht, Alter Ich kann hier nicht mal treffen, selbst wenn die Leute genau vor mir stehen, kann ich hier nicht treffen Richtig schämelig, Alter, richtig schämelig Okay, Jungs, jetzt kenn ich hier die Map auswendig, jetzt geh ich rein Wir gehen alle durch Garage Ich will kurz was austesten, ganz kurz Ob ich drauf springen kann Alter, rennst du mir weg von dir? Okay, es geht nicht Komm, ich komm jetzt Der hat einen Header, glaub ich, hinten Na, auf der Terrasse Er hat wieder einen Hit Okay, es war kein Header Vielleicht doch ein Header No, wo sind die? Rot Hä, was? Ich hab einfach nur random irgendwo hingeschossen und hab jemand getroffen Ja, ja, der hatte einen Header, der Kollege Alter LAL Back incoming, hätte ich mal gesagt Stimmt einfach, das Haus Bin ich Ich hol die Geisel Wir töten alles, das ist unsere Taktik EIN Wir können holt beide Geisel Das ist so mies Einer ist unter der Treppe Ganz genau unter der Treppe Hier, oder was? Nein, 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 der Ding ist Im Haus drin bei der Geisel Unter der Treppe Hier Nein, 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 gleich bei dieser Geisel Bei anderen Geisel Was weiß ich denn? Jetzt gib doch mal Ruhe, Alter Meine Güte, als ob das dagegen Geh unter der Treppe Pua Die war wichtig, die Runde Es war echt so trass in dem Tücken gerade Also ich geh unten in diesen Oven, dem Typen, den du da einfach durch die Wand erschossen hast, ne Den hab ich Den hab ich hier von der Brücke aus Hinten auf die Terrasse Hinten auf die Treppe Hinten auf die Treppe Kränk Alter, das wäre fast 4K gewesen, ne 114, 193, 193, 193 Was macht ihr, wenn alle blocken sich hier gegenseitig Ja, keine Ahnung wohin Ich hab ja gesagt, wir gehen alle unten in diesem Was? Ja, ich geh jetzt aus Schau doch die Dinge jetzt an, mit das Go Durch das Jumpshotten Wenn die auf dem Dach sind und so weiter Und.... Stopp! da kann spielen der papa ist erwacht er hat meine güte schrecken ja du weißt halt nicht von wo die kommen können ja das ist das schlimme daran lag doch immer eine richtige knarre oder ist gott von mir und da ist ein übergelb links da wo ich immer gesessen habe kann mich jemand hier an den briefkasten mal kurz ja kann ich kann ich warte war das so eine rasgarage also scheune Nice, ach ne, das war ein Gegner. Einen habe ich gehittet. Einer in der Scheune, immer noch. Rechts oder am Traktor? Äh, ich bin mir nicht sicher. Was war der? Ist da drinnen einer oder was? Ne, da ist grün. Mist, aber immer noch einer. Ja, da ist einer. Hat einen Legshot. Ja, Mann, da ist einer. Einer auf dem Dach, einer auf dem Dach. Einer auf dem Dach. Bei genauer Grenzen da dort. Er ist hochgesprungen, er ist hochgesprungen. Wo denn? Es ist genau dort, genau dort weiter. F**k! Oh, das ist richtig gut erwischt. Linke Seite vom Haus, neben dem Dach. Ja, genau, dort ist er. Aber hack wird schon wie die Sau. Andere Seite, Blötenhaus. Hey, hier war auch einer auf dem Dach. Ja. Ul, wenn du rausgehst, über dir. Ja, jetzt über dir. Ja, der ist tot. Warte. Wo ist der letzte? Keine Ahnung. Da, bei der Haust. Unter dir, unter dir jetzt. Unter dir. Noch 10 Sekunden, du musst versuchen. Hey Leute, ich hab drei Leute getrollt. Da müsst ihr doch zuschlagen. Zustechen. Junge, irgendwann steck ich auch noch wen ab, Alter, glaub ich mal. Also im Real Life, nicht im Game, Alter. Das wär langweilig. Bauten, Echo? Machen wir mal Echo Rush. Ja, wir müssen Echo Rush machen. Let's go. Let's rush. Unter pression. Wir rushen outside, oder was? Keine Ahnung. Muss ja nicht so ein drüber Ding sein. Dann gehen wir runter. Achtung, lass mich erst flächen. Oder halt nicht. Da ist einer. Hat den. Nice. Guck, damit rechnet die nicht. Das wäre so psychisch. Da kommt einer hinter euch. Oh, da ist einer links ums Eck. Alter, was für ein Bastard. Was? Wo war der jetzt hier? Minus 8, ich hab den nicht getroffen. Was macht der? Nein, Mann. Hat der nicht gehört, dass hinter ihm einer hochgekommen ist? Nein, hat er nicht. Was? Oh, komm. Was? Ja, was ist hier der klügste Weg? Was ist hier weg? Was ist hier weg? Was ist hier weg? Stich dazu, oder was? Wird das zwei Millimeter nach kidding? habe ihn alles noch ein schub zwei sind im schuppen am traktor einer traktor einer das sind zwei drin ich mache bisschen action action und von hinten kommt hier links aufpassen also vorne wenn du raus gehst das stand davor der sack türe auf zu alle mitte so eine mitteilung wird die familie kassiert ja das ding auf dem dach habe 80 hp einer silo ja gut so wird jetzt nervös oder nicht hat er ernsthaft auf mich gewartet hat er das war krass also ich hätte nicht gewartet ich weiß nicht vom dach nach ganz hinten gelaufen krass mann hätte ich die gelten hätte ich nicht regressiert dann bin ich doch am leben schade ok was machen wir jetzt so go 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 ich habe keinen blassen schimmer ich folge dir klaus ok da ist einer drinnen direkt links und rechts kommt natürlich auch noch einer natürlich rechts rechts ja da ist noch einer und links links crusher links ok die rutschen sind wieder zwei da drinnen rechts und links ja unten ist auch einer das ist am besten für uns glaube ich lass mal ein timeout voten bitte ja so da rechnen wir schnell eine pulse oh er hat zum ersten mal so wie er noch gekriegt hat wenn er eine Ace fährt Applaus oh schade ok was kauf ich mir das das ja oh man wie ist der plan soll man auf deren push warten oder wenn die so aggressiv spielen hm ich bin mir nicht sicher ich versuch mal die arbeit des morgen ich versuch mal die arbeit des morgen ich versuch mal die m4 ich muss sagen ich hätte die masterpiece nicht aber egal ich bin die runde rein passt schon die wirft die die wirft in die tinge hier hoch ich schieße sie weg also ins maisfeld alles dann soll ich dich nur pushen kannst du mich auch hier pushen direkt ok in der smog ich lieber nichts wir können dann nachher pushen Lass mal am Spawn warten. Let's wait for them pushing. Und dann schlagen wir zu wie eine Kampfnatter. Ich wollte Kröten. Alles klar. Aber nicht dahin. Einer ist noch in dem... Ja, nice. Okay, weiter. Das war die Awe übrigens. Ich smoke irgendwas. Haben wir jemanden in Syrus? Äh, ich gehe gerade Ding ist bei dir drin. Ganz hinteren. Bist du im Syrus drin oder was? Ähm, ja. Oh, einer im Haus. Bitter, da war es weiß in der Ecke chillt. Einer im Haus. Oben. An der Terrasse. Einer bei diesem Ding ist bei der anderen Geisel. Vorderer oder der hintere? Ja, hier oben. Oh, da ist keiner. Oh, andere Terrasse hinten. Der ist bei der hinteren Geisel. Einer von zwei. Geil. Doch, da ist eine Terrasse, ey. Bitch. Also ich muss sagen, diese Map gehört nicht zu meinen Favoriten. Die werden von den Militier-Profis. Ne, das mit Sicherheit nicht. Es gibt halt echt so Globals, die nur die Map spielen. Ja, aber die Junge hier spielen auch nur die großen Günther, Alter. Die machen auch nichts außer pushen, gell? Oh. Aber das geht auch nicht bei der Militier-Map. Nice. Ah, mich hat einer gepusht. Wo denn? Von CT spawnen. Geh weiter, geh weiter, geh weiter. Ich passe nur auf. Oh, Junge, ich kann mit dieser Waffe nicht treffen, Alter. Einer ist immer noch am Factor-Haus. Silence, Holland. Silence. Schön. Übung, Roman, ist einer? Ja, ich hab's gehört. Thanks, Bro. Schön. Der war wichtig. Letzte, letzte. Nice. Nice. Good job, man. Good job, man. Let's fuck them. Man, I say let's fuck them. Let's fuck them. Okay, Jungs, Arviz gekauft. No fear of dying. Okay, da sind wir Hammer, okay, alles klar. Willkommen. Wir müssen jetzt die Typen abfangen, die immer zu zweit ins Schweinehaus gehen. Also nicht Schweinehaus, sondern ein Traktorhaus. Belerne, das Korte. Da sind zwei! Zwei aus! Oh, hier rechts irgendwie gleich einer! Ui, der Aave! Nice! Wo war der? Da ist noch hinten einer Terrasse! Da ist der down! Ist der immer noch Terrasse? Ja, ist er! Wo denn? Ich habe ihn nicht gesehen! Auf jeden Fall habe ich nicht kassiert! Eine kommt! Hintere Gully rein! Hallo? Ja? Wo bin ich? Oh, hier ist einer! Ich bin fast nur Zufall! Hi! Drühe left! Da ist einer, oder? Letzte war eine Orb hinten irgendwo, Terrasse, oder? Hast du den schon? Das Ding, das Ding, das Ding ist hochgegangen! Wo wir immer gepusht sind, ist er hochgegangen! Hä? Da ist das Ding! Da ist er, da ist er! Da ist er, da ist er! Bleib ruhig, bleib ruhig! Weiter noch! Ich bin nervös! 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 Hui! Pass auf! Da sitzt immer einer links in der Ecke! Ich bin nervös! Ich bin nervös! Ich bin nervös! Ich bin nervös! I don't know, what the fuck I'm doing! Aber da steht immer einer, bestimmt einer von rechts oder links! Also das Dach sieht mal so weit ziemlich clear aus! Wenn du jetzt aufpasst, da steht immer einer links oder rechts! ich piken oder beide seite beide seiten beide seiten er kommt er kommt ihr nach dir ja ich muss den nachladen hinten hinten bei der hinteren kreis bei der vorderen ist auch eine hätten wir den nade gehabt wäre schöner gewesen wo muss ich lagen damit ich vernünftig herauskomme da rechts rechts dann da vorne jetzt geradeaus ist die tür kommt die tür gleich spannend du kannst du mit m4 legen vielen dank drei blumen und Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bin bei dir. Oh, ich hab ihn nicht tot, Mann. Das kann nicht sein. Der ist jetzt an der Terrasse. 47. Ich glaub'n 33. Fenster. Hahaha. Oh, er bin ruhig. Meine Güte. Der ist aber kalt. Ich könnte mich auf den Handgriff getrunken. Meine Güte. Der war richtig schön, Alter. Der hat mich glücklich gemacht. Der hat mich glücklich gemacht. Ey, das ist noch besser als das AK Spray. Fuck. Ich hab'n nehm' gemessert. Der ist richtig... Voll daneben. Richtig kalt. Hab'n ihr schon mal daneben gemessert? So krass. Ja, das war... War schon krass auf jeden Fall. Hatte keine One-Clicks, aber passt schon. wo auch immer eine terrasse ruf er hat er weiß dass man das neue weiter zwei hatten jetzt noch mal level over 9000 also auch noch oben einem fenster alter linkes fenster der guckt nach rechts er guckt zum silo er ist jetzt wieder richtig ins haus rein komplett preisheit zieht so dreist meine güte einer sitzt im schadenfenster genau in der scheune geradeaus hinten im fenster woanders oder diesen haus da dieses dinge fest reingekrochen und wenn es bei der leiter bei der leiter der leiter bei der leiter bei der leiter bei der leiter da rechts 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 da war es ein alter gesprungen das den armen mann doch mal spielen aber es war immer gerade so links rechts oben unten der dem fenster nein nein die leiter 14 14 wusste noch mal wo vielleicht krieg ich noch mal den aus dem window raus leistre scout hilft ja nichts was willst du machen das sind zwei hinten am abgang okay das ist schon mal gefährlich aber noch einer eine fenster eine fenster geht das recht ist weg ja pass auf uwe da hinten an den schweine haus abgang da war einer äh wo wo ähm död was war das wort unten drunter einer ist oben auf dem haus ist runtergekommen boah hier rechts das ist weit nice noch einer noch einer noch einer ganz oben drauf noch einer ganz oben drauf einer unten bei der haustür unten haustür und einer ganz oben auf dem dach hinten am kamin da oben schön langsam roman ganz langsam der letzte war an der haustür vorhin vorne oder was oder hinten vorne der geht vorhin wahrscheinlich wo war da der reingeh ist direkt rechts hinter den sandsäcken wara unten oder oben unten der ist zum geisel gerannt unten das hat bei mir vorhin schon nicht funktioniert was ist nicht der gleiche doch das ist der gleiche gewinnst du wirst jetzt nicht funktioniert doch gehe ich wirklich da hin versuch's der wird eh an dem ausgang warten so wie ich vorhin dann bitte schau ich drauf stehe leise die ist schon zu spät ja egal ich versuch's renn psychopatisch einfach drauf muss renn schau jetzt können wir uns alle eine p90 kaufen und unten durch das ding rushen einverstanden der macht's falsch da random die haben ne auto tucker hat er eine flash um Nein, alle chillen bestimmt immer welche, müssen wir sich aufpassen, da ist sowas unheftig. Als ob sie da sind. Cool, vielleicht? Nichts. Dach ist einer. Ich soll dich geblockt. Draußen ist einer am Haus, in der Ecke unten im Hof. Ja, hab ihn gesehen, hab ihn gesehen. Autosnipe und einer. Geht, 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 geht. Ich hab noch 6 AP, ja. Einer geht Richtung hinteres, ähm, Syrerloch. Oh Mann, äh, Dennis. Da kommt jetzt einer runter, pass auf. Hier rechts jetzt. Autotacker. Granate, ich weiß. Nice. Das Huhn, Alter. Eine 50, ich hab hier, glaub ich, ich hab einen. Da ist noch einer vorm Schacht oben. Der Typ da oben, äh, klöten, klöten, klöten. Mann, äh, aber auch, äh, Schacht. Alle gebraucht. One more, one more, two more, down. He's behind the smoke. The city side. Ja, der holt die andere geißen. Nein, du. Jetzt geht los, wir kick hier. But a low. Der weiß ist aber auch perfekt, ne, der Kollege. Oh, der beste Drop, den ich je gesehen habe. Det haben Power. Das ist aber auch Wahnsinn. Und du 그걸 auch in der Woberg引よろしく, tak? Und du ہے weil ich richtig viel Liebe preço getf периодisch. ano. Wir lz